Hallo und herzlich willkommen zur Fortbildung Open Innovation ManagerIn. In diesen und zwei weiteren Modulen befassen wir uns mit dem Thema Design Thinking einer Kreativmethode. Dieses Teilmodul thematisiert im besonderen die dritte Phase des Design Thinking, dem sogenannten Define. Um den Innovationsmotor im Unternehmen anzukurbeln, benötigt die Organisation gerade zu Beginn einen kreativen Prozess. Mithilfe von Kreativitätstechniken ist es möglich, diesen Prozess so weit wie nötig zu strukturieren, aber auch die Freiräume zur kreativen Entfaltung offen zu gestalten. Für Unternehmen, die neue Herausforderungen lösen wollen, ist es wichtig, einen kreativen Problemlösungsprozess in Gang zu setzen. Dabei ist es wichtig, dass sich der konvergente und der divergente Denkstil ablösen. Ein Hin- und Weckranken wird ermöglicht, wie man anhand der Grafik erkennen kann. Dabei wird unter Kreativität die Entwicklung von Ideen verstanden. Kreativitätstechniken wiederum sind die Methoden zur Förderung von Kreativität und gezielten Erzeugen völlig neuer Ideen. Dies kann dann allgemein zur Problemlösung genutzt werden. Eine typische Anwendung ist die Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen. Mithilfe von Kreativitätstechniken können insbesondere schlecht strukturierte Probleme gelöst werden. Dies kann in einem moderierten Verfahren mit prozessualer Steuerung stattfinden. Dabei wird gern in Gruppen gearbeitet. Die daraus erzielten Ergebnisse sind abhängig von den Menschen, die darin arbeiten. Da zählt zum Beispiel die persönliche Begabung dazu, das individuelle Wissen und auch die Motivation der Einzelnen und der Gruppe insgesamt. Diese beeinflussen das Ergebnis. Bekannte Kreativitätstechniken sind zum Beispiel das Brainstorming oder der morphologische Kasten. Auch Design Thinking ist eine Kreativitätstechnik zur Innovationsgenerierung. Die erste Schule von Design Thinking wurde 2004 in Stanford von drei Professoren mit dem Namen D-School gegründet. Gleichzeitig gründeten diese drei Professoren auch die Design- und Innovationsagentur IDEO. In enger Abstimmung mit Stanford entstand 2007 am Hasu-Plattner-Institut in Potsdam die erste deutsche Niederlassung. Hasu Plattner, deutscher Unternehmer und Gründer von SAP, unterstützte diese Entwicklung in diesen interdisziplinären Innovationshochschulen seit 2015, auch finanziell. Ziel beim Design Thinking ist nicht eine technische Lösbarkeit, sondern im Besonderen Lösungen zu finden, die aus Answersicht überzeugend sind. Die Prinzipien dabei sind in der eingeblendeten Abbildung von Design Thinking noch einmal visualisiert. Diese Prinzipien sind im Einzelnen, was der Mensch als Ausgangspunkt, wer, also man benötigt multidisziplinäre Teams, man gestaltet das Ganze wie in einem sich wiederholenden Prozess und wo in einem kreativen Umfeld. Es wird mit einer stetigen Rückkopplung an die Entwicklerinnen gearbeitet. Durch den Bau von niederschwelligen Prototypen und schnellem Anwenderfeedback entstehen praxisnahe Ergebnisse. Die menschliche Perspektive ist immer der Ausgangspunkt, um attraktive, realisierbare und marktfähige Produkte und Dienstleistungen zu generieren. Nun wollen wir uns dem Thema Crowdsourcing widmen, das auch bei der Innovationsgenerierung genutzt wird. Es wird gern genutzt zur Einbindung verschiedener Stakeholder. Zusammengesetzt ist der Begriff aus den Wörtern Crowd und Outsourcing. Es beschreibt eine interaktive Form der Wertschöpfung. Dabei werden moderne Informations- und Kommunikationstechniken genutzt. Einzelne Aufgaben werden von einer Vielzahl von NutzerInnen oder Interessenten ausgelagert und häufig in Form eines Wettbewerbs oder eines Coworkings ausgeführt. Man kann Crowdsourcing zur Generierung von Ideen innerhalb des Unternehmens machen, zum Beispiel mit MitarbeiterInnen. Oder die zweite Alternative ist, das Crowdsourcing außerhalb des Unternehmens fortzunehmen, zum Beispiel mit Kunden. Hier bieten sich unterschiedliche Methoden an. Zum Beispiel die Methode Community Mapping oder Wicked Questions. Ziel dieser Methoden ist, eine lockere, aber kraftvolle Verbindung untereinander zu verknüpfen und zum anderen gegensätzlich aber sich ergänzende Kräfte ans Licht zu bringen und in Veränderungsprozessen erfolgreich damit umzugehen. Sie möchten ein Beispiel? Das Spielzeugunternehmen Lego stellt ein gutes Beispiel für das Crowdsourcing dar. Lego hat einen externen Ideenwettbewerb namens Ideas. Dabei erlaubt Lego den NutzerInnen, neue Produktideen zu designen und sie auf einer Voting-Plattform hochzuladen. Andere Lego-Interessierte dürfen wählen, welche der Ideen sie am besten finden. Die Ideen mit den meisten Wählerstimmen gehen in die Produktion. Die DesignerInnen bekommen 1% des Nettopreises der verkauften Produkte. Die fünf Schritte des Design-Thinkings beschreibt die nächste Abbildung. Sie zeigt im Einzelnen die fünf wichtigsten Schritte des Design-Thinkings. Der iterative, also sich wiederholende Charakter des Prozesses ist anhand der dargestellten Schleife erkennbar. Bei dem ersten Schritt Emphasize geht es darum, den NutzerInnen verstehen zu lernen. Wer sind die NutzerInnen? Wie machen sie Dinge? Welche Bedürfnisse haben sie? Der Sinn der ersten Phase besteht darin, mit der Methode Design-Thinking nicht die eigenen, sondern die Probleme der NutzerInnen zu lösen. Dies möchte man durch Beobachten, Zuhören oder Zuschauen erreichen. Sinnvolle Methoden in diesem Schritt sind Interviews oder Beobachtung und Befragung. Das Kernergebnis der Phase 1 ist, möglichst viele Einsichten und Informationen der NutzerInnen zu sammeln und durch eine Big-Picture-Roll die Hauptkategorien des Gehörten zu erheben. Daraus können dann Personas generiert werden. Der zweite Schritt im Design-Thinking ist das Define und hier auch die zentrale Phase der Betrachtung. Hier soll das vorliegende Problem formuliert werden. In der Phase Define besteht das Ziel, Klarheit in die gesammelten Informationen zu bringen. Dabei ist es wichtig, auf Basis der gelernten Erkenntnisse der NutzerInnen und des Kontextes die Herausforderung genau zu definieren. Dabei wird eine explizite Beschreibung des zu lösenden Problems, das sogenannte Point-of-View-Statement, angefertigt. Dieses auch eingeblendete Point-of-View-Statement bildet das Kernergebnis der Phase Define, in der das Problem dann definiert wird. Typischerweise entsteht das Statement aus der Brainstorming-Methode. Dabei ist man besonders erfolgreich, wenn man die Erkenntnisse auf den Punkt formuliert und eine gute Fokussierung erreicht. Hilfreich sind auch vergleichende Kriterien, mit denen die Design-Thinking-Gruppe die Ideen vergleichen kann. Der dritte Schritt des Design-Thinking-Prozesses, Ideate, bei dem Ideen generiert werden, wird im nächsten Modul erläutert. Damit sind wir bereits am Ende dieses Moduls angekommen. Vielen Dank, dass Sie beim Thema Define dabei waren. Schauen Sie sich auch die anderen Module unserer Fortbildung Open Innovation ManagerIn an.